OHH MEIN GOTT! Die sind einfach explodiert, Alter! Was? Oh mein Gott! Das sah ja übelst juicy aus, Alter! Oh mein Gott! 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 Laut einer Studie fluchen intelligente Menschen öfter als dumme, verfickte Hurensöhne. Wirst du eigentlich, wenn dich einen Zuschauer auf der Straße anspricht, fragen, ob er auch Sub ist? Nein, hä? Fuck, Alter! Alter, als ob mir das interessiert! Ich meine, wenn er von sich aus sagt, der Sub oder er nennt mir seinen Twitch-Namen, okay, aber... Frag den doch nicht, ob er Sub ist, Alter! Er kommt zu mir an und sagt, Jo Perik, äh... Ich bin ein Dürer von dir! Und wenn er sagt, dann frage ich ihn, bist du Sub bei mir? Und wenn er sagt, nein, geh ich einfach weiter! Sag ich einfach, ja gut, tschüss, ne? Mit Plebs rede ich nicht, Alter! Verpiss dich! Dann zwinge ich ihn, sein Handy rauszuholen und seinen Primesub bei mir reinzulöten! Ansonsten rede ich hier mit dir! Wo es so 18 Euro kostet, der Sub! Der ist so klein, den könnt ihr gar nicht sehen! Guck mal! Was für ein Pups, ne? Alter, ist er süüss! So, jetzt kannst du wieder runtergehen! Verdienst du eigentlich so viel wie Monte mit dem Stream? Ja, mehr verdiene ich! Bisschen mehr! Weiß vielleicht nicht jemand, aber ich hab die Harry Potter Bücher geschrieben! Pssst! Nicht weiter sagen! Harry Potter? Da ernähre ich mich schon seit... Perik-Potty! Perik-Potty! Da ernähre ich mich schon seit... Da ernähre ich mich schon seit Jahren von! Joanne K. Perik, ja, man kennt ihn! Die alte Legende, ey! Ey, der Ringe kommt auch von mir! Peter Jackson, da hatte ich noch ein bisschen mehr Barthoops! Das ist eigentlich Patrick Jackson! Ja, ja, Perik Jackson heißt er eigentlich! Hahaha! Ah! Lustigerweise hat mich einer tatsächlich angeschrieben und mich gefragt, ob ich wirklich mehr Geld als No Way verdiene, weil das ja total unlogisch ist, weil ich ja viel weniger Vio habe! Ah, ist das dumm, ey, wirklich! Ah, zack! Junge, hast du mich erschrocken, Alter! Ich hab mir übrigens in die Hose geschissen, ey! Ich mein, hast du früher darauf gehört, wenn deine Mom zu dir gesagt hat, Jo, äh, Kevin, deine, äh, Freunde sind nicht gut für dich? Ich glaub nicht! Ja, hab ich gesagt, halt dein Maul, dumme F***e! Nee, Schmarrn hab ich nicht gesagt, aber nein, Schmarrn! Nee, was ist das? Alter! Hahaha! Alter Junge, ey! Komplett... Komplett lost, ey! Das ist der Ernst! Hahaha! Alter, ey! Aber jetzt, was bei Kevin abgegangen ist, ey! Was hast du denn? Der Felder, die auch gegen Türkei! He SLAY! Ah, geil, ah, geil! Ich schwitze schon wieder die AK, ich seh's! Alter! Ich schwitze schon wieder die AK, ich seh's! Hey, wir sch faço! She's got some nice long hair and you know that she's a Vaget All the boys stick! Tepers fly! W-WAH! WAS?! Was?! No F***ing way! Alter! Was, das war niemals drauf, Bruder, das war niemals drauf Ich brauche ein Level Ich brauche doch kein Level, ich bin insane Boah, boah What Verpiss dich Scheiß Udi Oh mein Gott, ich bin ne fucking Legende, Alter Ich bin einfach nur ne Legende, Mann Aber sowas von lecker Richtig lecker, der Moor, ey Alter, ist das dumm Hähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh Ich hab ein Penta gemacht! Nicht sehr im Ernst! Ah, ist das geil! Der ist einfach gestorben im zweiten Stint! Statt, dass der jetzt stoppe leider. Boah! Legende, Alter! So nett! Ey, warte mal! Alter, der hat Teleport! Das hab ich gar nicht gekreilt! Alter, nee! Ich hab nichts gesehen! Äh? Alter, das war die mir mal so ein bisschen... Ist ein bisschen... Ist ein bisschen... Ist ein bisschen... Ist ein bisschen... Ich spiel... Okay! OH! Pocky! Oh mein Gott! Was zum Fick, Alter! Let's go, boys! Heilige Scheiße sind hier geplatzt, Alter! Holy fuck, Alter! Oh mein Gott! Der ist tot! Der ist tot! Kevin! Der ist in der Base gestorben! Oh mein Gott! Nee! Oh mein Gott! Was? Alter Schwede! Äh! Bruder! Bruder! Ah! Bin ich ein Legende! Und jetzt noch der S will ult dodgen! Ich bin so scheiße! Ich bin so scheiße! Wirklich! Er geht in den Bullschreibe! Ich fass es nicht, Alter! Ben! Wird's da kaum Gründe geben, warum er das machen sollte! Was ist denn das? Bruder! Hat Bowser hier seine Kugel vergessen, oder was? What? What? Boah, ist die Kaiser dumm, Alter! Boah, ist die dumm, Alter! Boah! Wie kann man so ein dummes Stück Scheiße sein, Alter! Boah! Riot! Alter! Wie kann man so ein Haufen Kacke sein, Alter! No! alterass! Wir machen zwei Kills... Und die Akali hat einfach direkt ihre Pillen abgesetzt, Alter. Die hat einfach direkt einen Mental Breakdown. I run down, mute all by. Alter, krass. Boah, Junge, was schreist du denn so, Alter. Junge, soll ich mir die Hose scheißen, Alter, wie der rumbrüllt. Ich bin zack, ich bin zack, ich bin zack. Scheiße, ich müsste vielleicht unbedingt was anderes spielen, außer... Hä? Was? Bruder, niemals war der Spell drauf! Was? Hä, das war niemals drauf! Ich bin einfach ein Biest, man! Suck it, Alter! Fahrt einfach nach Hause! Boys, fahrt einfach fucking mal nach Hause! Warum mach ich das immer? Warum hab ich immer so ne große Fresse? Alter Schwede, wie das auch ist da, Junge! Komplett die Augen weggelasert! What the fuck is this for an Invade? Oh Gott, Alter! What the fuck is this for an Invade? Alter, das ist... What the fuck is this for an Invade? Lasst euch das mal einfach auf der Zunge zergehen, Leute! Hä? What the fuck is this for an Invade? Leute, ich sag's euch nochmal! What the fuck is this for an Invade? Hä? Allein dieses Englisch, Junge! Da muss ich weg, Alter! Das ist eins zu eins übersetzt! Der will halt sagen, was zum Teufel ist das für ein Invade? Und dann übersetzt der mit What the fuck is this for an Invade? Ah, Deutsche, die Englisch sprechen, sind einfach geil, Mann! Die brechen... Klasse 3 brechen die einfach ab, Alter! Klasse 3 sagen die zu den Eltern, Mama, Alter, ich kann den Floss-Dance, ich geh für Fortnite, Alter! Let's go, ey! Geh, geh, easy, schreibt der! Der Pantheon schreibt, geh, geh, easy! Ah! Oh mein Gott, ey, ich rasp gleich aus, ey! Junge, was ist denn das für ein Hurensohn, Alter! Das ist ja komplett geistesgestört, ey! Nice, Anivia hat gehultet! Easy-Clap! Oder? Ja! Easy-Clap, Alter! Oder? Alter, wie... Bruder, ich fang an zu heulen, ey! Bitte! Prost, Anivia! Anivia! Oh mein Gott! Biest, Alter! Fucking Biest! Junge, komplett 1-9! This is the waste of my time! Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich so autistisch... Also, weißt du... Ey, frag mich doch einfach, Karma! Vielleicht kann ich's dir beantworten! Boah, Gott, hab ich mich erschrocken, Alter! Boah! Bruder, da muss ich ja weg, ey! Schaden. So, jetzt haben wir Graves mit Titanic Hydra. Jetzt wäre noch eine Idee, entweder das Disarm-Item oder der Red-Buff. Junge, Graves auf Steroide! Graves auf Steroide! Junge, ist das dumm! Ah, das ist broken, Alter! Der ist komplett auf Steroide, Junge! Laut einer Studie fluchen intelligente Menschen öfter als dumme, oder nur für fickte Hurensöhne! Hahaha! Hahahahahahaha! Torn! Høhm! Torn! 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 Untertitelung. BR 2018